Mein Name ist Martin Reinstadler, ich bin von Beruf Architekt und ich bin jetzt seit drei Jahren in meinem neuen Haus. Zum ursprünglichen Haus muss ich dazu sagen, das war das Elternhaus meines Vaters. Die Idee war eigentlich ursprünglich das Haus zu erhalten. Bin ich drauf gekommen, es ist einfach in der Substanz so schlecht gewesen, dass es im Prinzip abgerissen werden musste. Ich habe dann versucht, Teile aus dem alten Haus zu retten. Diese Gartenmauer, das ist früher eine Stallwand gewesen. Bei der Treppe sind alte Holztielenbretter drauf, die sind 300 Jahre alt. Für sich selber zu planen, ist wahrscheinlich das Allerschwierigste, was man sich vorstellen kann. Jeden Traum eines Familienvaters, sage ich, die Kinder so aufzuwachsen sehen, einen eigenen Garten, ein eigenes Haus. Also ohne einen starken Partner, so wie die Sparkasse oder wie ein guter Handwerker am Bau, das ist ein Konsens und das wird anders nicht funktionieren. Das Wichtigste ist, glaube ich, nicht, was ausschaut, sondern wie man sich daran wohlfühlt und wie man sich im Haus bewegt. Reden wir über die passende Wohnraumfinanzierung. Jetzt Termin vereinbaren.